Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4868. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Du kannst zwar so noch nicht fliegen, aber es ist ein guter Anfang. Du kannst zwar so noch nicht fliegen, aber es ist ein guter Anfang. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Ball das Spiel gewinnen werden. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Ball das Spiel gewinnen werden. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Ball das Spiel gewinnen werden. Die Wissenschaft löst alles. Man braucht nur Zeit zum Testen. Das Ergebnis ist nahe. Die Wissenschaft löst alles. Man braucht nur Zeit zum Testen. Das Ergebnis ist nahe. Die Wissenschaft löst alles. Man braucht nur Zeit zum Testen. Das Ergebnis ist nahe. Das Training war für uns beide ein Erfolg. Wir haben uns um einige Sekunden verbessert. Das Training war für uns beide ein Erfolg. Wir haben uns um einige Sekunden verbessert. Das Problem sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ich werde die Kollegen von der Technik bitten, den Fehler zu beheben. Ich teste jedes neue Sportgerät, um herauszufinden, ob es mir helfen kann. Ich teste jedes neue Sportgerät, um herauszufinden, ob es mir helfen kann. Ich teste jedes neue Sportgerät, um herauszufinden, ob es mir helfen kann. Man kann nasse und trockene Haare färben. Es kommt darauf an, was sinnvoll ist und was die Kundin wünscht. Rolf verließ die Praxis sehr schnell und vergaß dabei sogar seine Brille. In Deutschland gibt es ca. 200.000 Köche. Davon arbeiten ca. 200.000 in der Gastronomie. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.